Als Makler habe ich mich auf freie Bildungseinrichtungen bundesweit spezialisiert, um diese nachhaltig zu beraten. Nachhaltigkeit vermittelt meinen Kunden nicht nur ein gutes Gefühl, sondern es ist auch Rendite dabei. Pangea investiert in Wind, Wasser und Solar. Hier wissen die Kunden genau, wie und wo Geld angelegt wird. Transparenz ist echt ein Vorteil in der Beratung. Ich kenne kein anderes Versicherungsunternehmen, das so ein transparentes Produkt hat. An Nachhaltigkeit führt überhaupt gar keinen Weg mehr dran vorbei. Das ist der Megatrend für die Zukunft. Man kann nicht immer so weitermachen. Man muss umdenken.